Mit der Loppen oben. Hallo, Juhu. Wie die blöde Sau. Mit der Loppen. Warte mal. Gehen wir da ohne. Moment, da hohe Treppen oben. Gehen wir. Nicht lämme hinugeln gehen. Out the corner. Ich habe natürlich nicht dabei. Na gut. Da muss ich eh zurück. Wobei. Ich nehme mich noch mit. 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 Hört das. Oder auch. Da brauche ich Slaps. Und Eldowood. Wobei ich bezweifeln mag, dass ich das da oben hab. Ja, ich schau mal. Da sollen die Kanonen dastehen. Ich nehme ein bisschen Fantasie. direkt. Were you on the bottom? Heim. Lotte brauche ich. Okay Leute, Masch zurück! Ja, was haben wir da schon? Eine Kiste, genau eine Dose geworfen. Habe ich schon. Das habe ich auch schon. Aber Kohle kann ich nicht mehr brauchen. Lager, ich komme. So, meine Schleppse dann fertig gehe ich. So, das sollte aber gleich wieder sein. Das muss ich noch legen, oder? Was habe ich denn da her? Ältere Wut habe ich natürlich gar nicht gegeben. Eschen Wut. Hau dich durch. Das tut genauso. Dann machen wir noch immer die gleichen Brüte aus. Ich glaube, da muss ich wieder eine Bämme aufbauen. Hau. Pass auf, jetzt wollte ich Elderwood. Das haben wir nicht. Ich muss mich gerade suchen. Pass auf, das wollte ich. Dann kaufe ich Limestone. Dafür brauche ich Obsidian Sticks und Limestone. Limestone. Ich bin wunderbar, wenn ich mich hätte. Dann mache ich mal. Dann mache ich mal. Und dann wollte er noch die äußere Ecke. Warte mal. Warte mal. Ich habe ja bereits viele Treppen. Hundertzauscheltagen. Hundertzski. Äußere Ecken. Machen wir mal eine Ladung. Ich brauch die immer wieder mal. Ja, so mehr. Schmiedern noch. Scheiße, Leiter geh. Eine Leiter. Schau, jetzt holen wir es. Pasch, drück auf die Baustelle. Schau, jetzt holen wir es schon langsam. Na ja, hat man natürlich wieder was vergessen. Dieses Hirn. Also, warte mal. Die äußere Ecken. Das ist mir leid. So, ist ein Zündner. Also, also, wo dritten. Das war's. Wut wohl. Warum mach ich über 100? Vorübergehend. Wut wohl. Scheiße, mit der Lüffut. Da hätte man ein paar mehr gecraften sollen. Da hätte man ein paar mehr gecraften sollen. Die äußere Ecke, die blöde Kuh. Die blöde Kuh. Gottes Willen schauen wir nicht so. Außer wenn er schaut ziemlich beschissen aus, gell. Und schaut mir aus der Ferne aus. Ich hoffe das schaut ein bisschen besser aus, nicht dass ich so zenten muss. Wobei, hat der Ferne schon. Das geht ja schon. Jetzt brauche ich aber meine Ecken. Mehr Ecken und mehr Treppen. Scheiße. Das lebt schon wie Lollywood. Wer könnte denn da noch eigentlich auf die Reise gehen oder? Dann suchen wir uns das Eldowood. Warte mal. Sonst gehen wir nicht, wir flirren. Der schnelle Flug zum Hafen. Der beste Flug. Und das schleicht euch einmal durch. Dann krieg ich die Krise. Oh boom, das war's mit den Flips. Der wut wohl. Da kommt mal die Lupen. Dann macht das Eldowood. Das geht natürlich nicht ab. Und noch ein paar Slips. Oder ein paar mehr. Ja. Ja. Jetzt ist gerade die Frage, die Hunde muss ich vergessen. Don't slip. Ja Buben, ein Großteil runter, gell? Wollt ihr springen? Das muss ich nicht oder nicht gehen. Echter Wünschen gibt es gar nicht. Meine Slaps werden benötigt. Und erkennt den natürlich gleich wieder hochlegen. Heftig. Der letzte 177. Oh. Mei, er holt's nicht direkt am Ende zu. Schön langsam. Schön langsam. Das ist Äschen, wo du ja brügelt durch, hilft dir nicht, oder? Ich mein, was du brauchst, brauchst. Ja, besser, auf der Wut nur Stroh. Ich schrede die Plädel, kann dir weiter. Denn hier tut der Detrius, wirf'n du rein. Gut, Cravel-Wall. Cravel-Wall, wo wirf'n die sich? Unter Stein und unter Holz. Das ist die Frage, gell? Das wollen ich. Dann wollt' er noch Bett haben, beziehungsweise mehr oder nicht. Die Sexhütte vielleicht im Hausbocker, ha? Da? Da? Firepit-Money, wo ich da geh? Bücherregal. Nehm' ich mit. Nehm' ich mit? Das war's. Das war's.